ja hier ist wahrscheinlich schon wieder nächste kommen die nächsten raus blöd 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 wohin bleibt mal hier entdeckung mit dem harlequin geht mal vor hast du den zweier noch das wäre nicht schlecht war nicht schlecht bleibt mal der händer und du gehst mit vor kannst ja schon mal verfehlen kann es ja schon mal verfehlen nämlich der gehe ich noch nicht vor sondern hier und schau mal was so passiert er hat sich ein schild gemacht das erste mal dass unser wachmann glaube ich was abkriegt oder warte du er höchst mal ein bisschen die trefferwahrscheinlichkeit auch wenn der kurz davor steht weiß nicht vielleicht schafft es ja die nein nicht ganz nicht ganz dann musst du in den rest gott so das war der erste was auch mal waren das nicht drei sehe ich irgendjemanden nicht du kannst auf alle fälle schon mal magie kannst außerdem noch die treffer chance von ihm hier der freundlich getroffen hat und kannst das weiß ich nicht was das bedeutet aber mach es ich habe erst gedacht das erhöht seine aktionspunkte aber macht ja gar nicht so du jetzt aber ist jetzt aufgeraft ich denke du hast erhöhte zielgenauigkeit ich trau mich noch mal jetzt kommen wir so von hinten so und fort ja warte sieht gut aus das sieht nicht gut aus aber da kann unsere freundin hier noch was machen hoffentlich gut dann kannst du eigentlich schon mal noch laut wenn er schon einen punkt hat man kann auch noch so du kannst schon mal hier hin und um switchen du gehst hier fort und sich jetzt nach vorne und jetzt vor allen dingen verfehlt ist gut verfehlt ist gut da atme ich doch schon mal auf so los so kann das weitergehen so so kann das von mir aus weitergehen nicht ohne wir haben aber auch auf schwer müssen wir dazu sagen wir haben das alles auch auf schwer so und jetzt kommen wir in die katakomben jetzt kommen wir so richtig rein den mist ach so einmal noch heilen wäre nicht schlecht das wäre sogar recht gut den kannst du nicht heilen aber den wie lange dauert denn das bis du den wieder heilen kannst so ich bleib mal hier mit dem gehe ich mal hier hin weiß auch nicht warum ist wahrscheinlich falsch höchstwahrscheinlich du ja was ich mit dir mache weiß ich nicht ich mag dich eigentlich dort lassen so und du könntest jetzt schon mal nach vorne gehen und mal so schauen einen punkt hast du noch zum schauen hier ist ja gar nichts mehr zum doch hier hin der geht an meinem vorbei das ist gut der war gut der war sogar super so was auf dem gehirrende gut der sieht anders aus als die anderen mhm warte mal kurz ich gehe mal ich switch mal auf die so dann hat sie schon mal das ziel markiert vielleicht schafft sie es ja dann hätten wir den frei ja so ich versuche mal dem eine drauf zu hauen hat ihn doch noch getroffen dann kannst du ihm den rest geben so triffst du ihn doch nicht treff jetzt verdammt ähm geh mal hier hin so da kommen jetzt zwei nicht schön ne verfehlt ist gut verfehlt ist sogar sehr gut jetzt müssen wir wieder umswitchen und hoffen mit dem treffen wir haben nur immer zwei Schuss Gott sei Dank haben wir den mitgenommen Gott sei Dank haben wir den Wachmann mitgenommen ansonsten wird man hier ganz schön alt aussehen Gott sei Dank fehl halt nicht warte lieber auf Nummer sicher gehen kannst du nochmal ne schade äh ne u ne Gott sei Dank so der da draußen steht natürlich absolut ungünstig den lasse ich natürlich nicht da draußen leider nützt nix äh geh ich nicht mit so mal schauen was die jetzt machen hier naja das geht ja geht ja halt oben jup kann mal schöne eine gute getreffewahrscheinlichkeit hier ne dann funktioniert das ja auch ganz gut jetzt ähm wir haben ja dann nehmen wir das auch und ansonsten warte nehmen wir unser Container raus und los vielleicht schafft er schon ja jetzt müsste man natürlich so wie bei XCOM ne das war natürlich cool so Reaktionsschüsse ne auf die die da kommen ja aber ich hab nix äh ich schau mal ne ist alles voll und du dich will ich auf alle Fälle dort hinten behalten und dann da komm da den hatten wir schon mal oder glaub ich verfehlt Gott sei dank auf geht's der muss hinüber der muss hinüber gehen aber schön design sind sie ne batsch sehr schön so dann können wir wieder aufs Katana umschwenken und geben jetzt hoffentlich denen den Rest hier jup sieht gut aus da hab ich schon umgeschwenkt war ein bisschen voreilig und ich stell mich mal hier hin und lass mal und lass mal unseren Freunden das alles managen ja der hat nämlich gute Ausweichwerte hier Halle kennt deswegen ne so hab ich irgendjemand vergessen nachzuladen wahrscheinlich ne werde ich gleich aufschreien nicht nachverladen du Idiot warum hast du nicht da ich hab's gewusst Subi klappt ja das einzige was mir ein bisschen Sorgen macht sind die Lebenspunkte hier wir könnten ich weiß auch nicht wie wir könnten jetzt warte mal kannst du kann nur die jetzt hat das ja alle einmal durchgekeilt ne so wo geht's denn jetzt hin wissen wir nicht weiß niemand so wir gehen mal mit dem hier rüber keine Ahnung ob das so richtig ist hier schwer zu sagen äußerst schwer zu sagen wo wir jetzt hin müssen ne müssen wir hier hinten hin oder dort hinten hin so jetzt probier ich trotzdem noch mal ach ne geht nicht ähm hm 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 hier hier wir gehen mal hier hin obwohl sie ja wahrscheinlich von hier kommen denk ich wir kommen gar nicht da ränder ne so wie es aussieht ist das hier ah falsch gestellt jetzt seh ich's jetzt seh ich's äh jetzt kannst du doch ne wen kannst du jetzt kannst du wieso kannst denn du keinen mhm jetzt hast du alle einmal durchkeilen dann kannst du ja nie wieder heilen seh ich das so richtig das ist ja blöd oder finde ich schon ein bisschen blöd ein bisschen blöd finde ich es hm so ein kleines bisschen blöd naja noch kommt keiner die wollen dass wir hier vorgehen und vorne wird wahrscheinlich alles auf uns einstürmen schätze ich hm ja ich bin mal mutig da bin ich mal mutig bestimmt mit der der händler hier und kommt jemand ne so jetzt könnten wir hier hingehen was quatsch ist oder auch hier hin pass auf wir schauen mal wir lenzen mal ja da brauchen wir drei punkte ne ist ja wahnsinn ach so das ist ja der ne dann komm hier hin ach hier hm 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 pass auf geh mal hier rein oh 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 Mist 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 ach so viel fehler habe ich hier gemacht muss ich sagen wirklich viel fehler wahnsinnig viele fehler gemacht wird ärgert mich ein bisschen so ein kleines bisschen so ein klitzekleines bisschen ärgert möchte es durch so viel fehler gemacht also wir hätten wir es werden richtig werden wir noch viel schöner durch bekommen na immerhin die gott sei dank verfehlt so ach ich würde mich schweigen so geht es einfacher na dann fosfo granada alle kennen kann noch mal gold trauma kit medikit sehr schön medikit sagte schon sehr schön dann sage ich es gerne noch mal so ein verschlossener tresor der sowohl einen kartenleser als auch eine datenbuchse besitzt ja ich habe doch decken euch leider tür entriegelt schön dann gehen wir wieder haben uns haben wir uns hier ein bisschen aufgefüllt schade dass wir da reinkommen ja vielleicht sollte der kannst du denn jetzt nicht wirklich mal du kannst dich du kannst dich er kann sich wieder heilen ja wir sollten trotzdem mal unseren freund hier eins gehen wir noch mal noch ein riesige gegner auf uns schätze ich jetzt gut dann gehen wir weiter würde ich jetzt mal so sagen oder oder warte mal wir noch eins geht nicht ach da gehen wir jetzt durch ich wusste nicht gehen wir jetzt einfach durch mit allen ne warte wir wollen nachladen und nachladen ja wir laden noch mal alle nach ja ich bin da ein bisschen schisserisch jetzt gewonnen so aber jetzt jetzt können wir noch mal ne ne können wir nicht auf geht's und unsere dickeren die völlig nutzlos ist